Musik In einem weiteren Video von mir, mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei GTDK Und das ist eine Ankündigung zu einem Stream, den ich heute führen werde Das heißt also heute, den 21.01. Das sehe ich gerade auf dem Bildschirm, kommt ein Stream von mir Der wird natürlich auch hochgeleitet bei YouTube Was machen wir? Wir spielen Dark Souls 3 Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich konnte die Befoten nicht von Dark Souls lassen Und wir werden einen Challenge Run machen Oder zumindest probieren einen zu machen Der Challenge Run wird so aussehen, dass ich mehr oder weniger den Swordmaster cosplayen werde Und zwar sieht das folgendermaßen aus Ich darf nur als Deprived starten Ich darf nur die Klamotten vom Swordmaster benutzen Also ihr wisst, was der für Klamotten hat, ist das nicht viel Sämtliche Ringe sind erlaubt Sämtliche Waffen sind erlaubt Ich hätte also nicht nur das Bild der Uchi Katana benutzen, sondern ich werde mal schauen, was ich so finde Ich werde natürlich Fall und Bogen benutzen dürfen Magie und Wunder sind nur erlaubt, wenn sie defensiv sind oder supportive Das heißt also kein offensiven Zauber Heißt also zum Beispiel kein Sunlight Blade Dafür aber ein Sacred Oath Tears of Denial ist okay Invisibility ist okay Chameleon ist okay Repair ist okay Hidden Weapon ist okay Aber zum Beispiel nicht Frozen Weapon oder halt Greater Magic Weapon Schild ist auch nicht okay, weil der Swordmaster natürlich auch kein Schild benutzt Sämtliche Resins, sämtliche Self-Buffs wie Rouge und so weiter auch nicht erlaubt Green Blossom wird zum Beispiel erlaubt Also stimmt was ich meine Zum Beispiel solche Heilwunder wie halt Greater Heal, Replenish und so weiter ist okay Homeward ist natürlich okay Aber halt solche Sachen wie Lightning Spear nicht okay Heißt da werden wir auf jeden Fall so heute probieren diesen Challenge Run zu machen Schaltet ein Wird natürlich auch bei YouTube hochgeladen Das wäre heute um 19 Uhr Also 1 9 0 0 7 Uhr der heutigen Zeit Heute ist nochmal der 21.1.2018 Schaut vorbei Der Twitch-Kanal ist immer noch Azurich-Stream Sehe ich gerade? Ja das stimmt Also Azurich-Stream Ich werde bereits ein bisschen was vorbereiten Ich werde also den Swordmaster besiegen Ich werde den Judex-Günder oder wie auch immer der heißt Werde ich auch schon besiegen Das heißt wir werden ganz frisch im Level 1 starten In der High Wall of Lothric Und mal schauen was wir kommen Mal schauen wie es uns Spaß macht oder nicht Seid auf jeden Fall hyped Es gibt noch eine kleine Bonus Sache die ich an dieser Stelle ankündigen möchte Es wird vielleicht zu einer Art Drunk Souls eskalieren Dass ich bei jedem Tod Ein kleines Schlückchen Wasser trinken muss Aber wenn wir schauen wie werden Inwiefern ich mich da Genötigt fühle das zu machen Wir können erstmal einfach nur so zocken Mal schauen oder könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben Diejenigen die dabei sind Wäre auf jeden Fall eine schöne Idee Ich hoffe ihr schaltet ein Wie gesagt heute um 19 Uhr Ja bei Azurich-Stream Steht auch unten in der Beschreibung Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag Und bis hoffentlich gleich Ciao, ciao Wo geht's hier aus?